Uerle, Wohenstadt, in der Nähe von Ahlen, 120 Kilometer, war die Anreise hier nach Schwabachfäden, Rückschläge ganz in schwarz. Wie steht es im Setzen? Bitte? 1 zu 1, knapp am Zeitspiel vorbeigestochert. Also 1 zu 1, dritter Satz, auf Schlag ohne. Ach, komm! Bisschen statisch für meine Begriffe, die Beinarbeit von Herrn Uerle. Da ist noch nichts nach oben zumindest. Man macht das hier fast aus dem Stand. Nicht schlecht wohlgemerkt. Da ist noch nichts nach oben. Da ist noch nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das müsste dann jetzt, Ulle, der fünfter Satz sein, also 2-2. Fünfter Satz, 2-1 für Böhm gegen Ulle, also Satz Nummer 4. Und den gibt es dann auf einem weiteren Video zu filmen auf YouTube. So heißt der Kanal. Und dann Böhm gegen Ulle wie die Uhr.